...hinein spielt für 2. Egelsohn, dann bringt die Ball in die Mitte und dann gespritzt dort Verhugt knapp am Kasten vorbei und am Ball vorbei. Aber Timo Becker hat aufgepasst, jetzt ist der Ball auf der rechten Seite. Simon Rhein bringt ihn nochmal hoch hinein und dann ist er mit, kommt er vor! Gottverhug! Gottverhug! Heute war Tennis. Mein kleiner ist auf Tennis, spielt Tennis und ich habe mir Tennis vorgemacht. Beide Kinder machen jede Woche sechs Jubel und sechs habe ich leider noch nie geschafft, aber jede Woche was anderes und seit letztem Jahr hat das Glück gebracht und das will ich einfach weiter machen.